Herzlich Willkommen Leute, heute geht es wieder um das Thema Abnehmen, heute erzähle ich mal etwas über die Geschichte des Abnehmens, wie das alles entstanden ist. Abnehmen ist ein absoluter Dauerrenner, jeder Mensch interessiert sich dafür, alle Menschen sind fett, ihr wisst das, es gibt immer mehr fette Menschen auf der Welt, Länder ranken sich darum, wer hat die fettesten Kinder und alle Menschen auf der Welt werden fett und ich erkläre mal woran das liegt und wie das kommt. Es ist nicht normal fett zu sein, es ist nicht normal Körperfett mit sich rum zu tragen, also großartig Körperfett jetzt, so ein bisschen am Bauch oder sowas, wenn man schon älter ist, das ist okay, das kommt so mit der Zeit, aber ansonsten, also das was ich am Bauch an Fett habe zum Beispiel, das ist auch das denke ich mal ist normal, ihr kennt mein Body Update Video, da könnt ihr das sehen, da ist schon ein bisschen Fett dran, ein bisschen Speck am Bauch, aber ich glaube das hat so ziemlich jeder Mensch, das ist ganz normal, aber Fettleibigkeit und dick zu sein, das ist absolut unnatürlich und das ist absolut ungesund. Ja und hier wollte ich mal erklären, woran das so liegt. Es ist so, dass ein Mensch geboren wird und dann wird er eigentlich sein ganzes Leben lang mit Falschinformationen über Ernährung gefüttert, ja und das liegt daran, dass die, alle Informationen, die du in deinem Leben kriegst, das spielt auch keine Rolle, ob du eine Ausbildung machst als Ernährungsberater, Ernährungsmediziner, was auch immer, spielt alles keine Rolle, es sind immer dieselben Informationen, ja. Du lernst dann halt das Falsche, ja und diese ganzen Informationen, die du dein ganzes Leben lang kriegst, auch wenn du dich ausbilden lässt in dem Bereich, die sind alle von der Industrie, die muss ja irgendwer zusammenstellen, ja und die hat die Industrie zusammengestellt und deswegen steht dort das drin, was dort drin steht. Es gibt auch die Wahrheit zu der ganzen Ernährungssache, die findest du in unabhängiger Wissenschaft, ja, aber dieses Wissen steht nun mal nicht offiziell in irgendwelchen Büchern oder wird offiziell in irgendwelchen Kindergärten oder Schulen oder sowas erzählt, ja, weil das einfach nicht im Interesse der Industrie ist. So und so werden Falschinformationen gefüttert, den Menschen sein ganzes Leben lang und so bis zum Alter von, ich würde sagen, 25 ist der Mensch noch relativ schlank, ja und ab da fängt es dann an, ja, der Stoffwechsel wird ein bisschen langsamer, man macht weniger Sport, man hat so gesagt, schon Geld verdient und ist so ein bisschen sesshafter geworden, nicht so wie in der Jugend, wo man die ganze Zeit noch irgendwie rumläuft. Und wird man auf jeden Fall inaktiver und der Stoffwechsel wird ein bisschen langsamer, ja, ein ganz kleines bisschen und man wird fett, ja, man wird immer fetter und immer fetter und so kommt es dann, dass man irgendwann anfängt mit dieser ganzen Diätgeschichte, ja, vor allem bei den Frauen ist das so, ja, die Männer sagen sich, ah, dicker Bauch, ja, mögen die Frauen sogar jetzt kuschelig oder sowas, ähm, wie auch immer. Und, äh, bei Frauen ist das aber ganz schlimm, weil die fühlen sich dann unwohl, die sind dann nicht mehr attraktiv und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall passiert das, äh, kommt das daher, dass der Mensch Falschinformationen gefüttert bekommen hat und sich sein ganzes Leben lang falsch ernährt hat, ja. Und durch diese falsche Ernährung kommt es so, dass er immer fetter wird im Laufe des Lebens. Man kennt das von bestimmten, bestimmten Völkern, dass da, die werden, äh, wenn die älter werden zum Beispiel, steigt der Cholesterinspiegel nicht an, sondern sinkt ihr ganzes Leben lang, ja, weil die irgendwas richtig machen, weil die etwas verstanden haben. Und zwar haben die verstanden, dass der Mensch ein Pflanzenfresser ist, ja, und ich habe ein Video gemacht, wo ich euch fünf Mechanismen gezeigt habe, wie, ähm, tierische Produkte euch fett machen, ja, fünf Mechanismen. Und ich werde das Video hier unten verlinken und auf jeden Fall, ähm, liegt es daran, dass alle Menschen fett werden, weil sie Tierprodukte essen und weil sie Öl essen, ja, es ist nicht der Kalorienüberschuss, es ist, weil sie Öl essen und weil sie Tierprodukte essen. Und Tierprodukte alleine haben fünf verschiedene Mechanismen, wie sie fett machen, ja, das Video kennt ihr ja. Und wenn nicht, werde ich es hier unten verlinken, wie eben erwähnt. Und, und so kommt es dann halt, dass man irgendwann anfängt, fetter zu werden. Und was macht man gegen dieses fetter werden? Man setzt sich hin und versucht, logisch zu denken. Und das funktioniert dann folgendermaßen. Naja, also ich esse immer, ich esse, esse und werde immer dicker. Und was mache ich dann, um dünner zu sein? Ich höre auf zu essen oder esse weniger. Ja, das ist so, so der erste logische Gedankengang des Menschen, den er versucht zu machen, ja, um die Frage zu beantworten, wie kann ich abnehmen, ja. So, und dann fängt halt dieser Teufelskreislauf an, ja, in dem man gerät, man kommt in so einen Kreislauf, man kommt von hier in so einen Kreislauf rein, ja. Und dann geht man in den Kreislauf rein und dann bewegt man sich da eigentlich sein ganzes Leben lang drin, so, ja, der Otto Normalverbraucher, so, ja. Der lebt da sein ganzes Leben lang in diesem Zirkel drin. Und zwar funktioniert der Zirkel so, du wirst immer fetter, du realisierst, aha, das kommt von zu viel Essen, ich esse einfach weniger. Und dann machst du mit diesem weniger Essen was? Genau, Kalorienrestriktion, ja. Und durch diese Kalorienrestriktion fehlt dir ja etwas, ja, das versuche ich immer den Leuten zu erklären, vor allem wenn es um irgendwelche Mängel geht, die die Allesesser kriegen. Ja, das liegt daran, dass du 2000 Kalorien am Tag brauchst, jetzt als Beispiel, und isst aber 1500. 500, äh, dir fehlen jetzt nicht nur 500 Kalorien, sondern auch in diesen 500 Kalorien sind ja auch irgendwelche Nährstoffe drin. Die fehlen dir ja auch noch, verstehst du? Und so kriegt man, schafft man es dann auch, wie man Mängel kriegt. Und auf jeden Fall kommt man in diesen Todeskreislauf, der Teufelskreislauf, Todeskreislauf, in diesen Teufels, ja, führt am Ende zum Tod natürlich, äh, durch das Körperfett, das man am Körper trägt, das die ganze Zeit Schaden verursacht, ja, Entzündungen verursacht, die man auch messen kann, ja, Interleukin 6 und so. Und auf jeden Fall, äh, wird man, wie ich schon mal gesagt habe, das Körperfett wird dich nicht alt werden lassen, ja. Und auf jeden Fall kommt man in diesen Todeskreislauf, Teufelskreislauf, den, den, äh, dass man Kalorienrestriktionen machen muss. Und dann, ähm, realisiert man aber irgendwann, dass man eine Kalorienrestriktion macht, sagen wir, man braucht 2000 Kalorien am Tag und du isst 1900 am Tag und, äh, hörst auf, fett zu sein und nimmst sogar ein bisschen ab. Aber im Laufe des Lebens, ähm, stellst du fest, dass, äh, du Metabolic Damage gekriegt hast, ja, also dass ein Stoffwechsel runtergefahren ist. Der hat sich an diese verminderte, verminderte Kalorienaufnahme adaptiert, ja, und du wirst wieder fett, ganz langsam, ja. Ja, und du musst wieder Kalorienrestriktionen machen, ein bisschen mehr, nochmal 100 Kalorien weniger, also bist du bei 1800 und hörst wieder auf, fett zu sein, nimmst vielleicht wieder ein bisschen ab. Und so geht das immer weiter, ne, und so musst du dein ganzes Leben lang die Kalorien immer weiter restriktieren. Was passiert, wenn du diese Kalorien nicht restriktierst? Das kennen wir unter Jojo-Effekt, ja. Ja, du hörst auf, die Kalorien zu restriktieren, fängst, äh, wieder an zu essen wie vorher, da du ein Metabolic Damage hast und dein Stoffwechsel sich angepasst hat, ja, und du aber, also der ist so gesagt runtergefahren, ja, kann jetzt mit weniger Kalorien besser umgehen, ja, oder hat sich dann gewohnt, mit weniger Kalorien auch, äh, umzugehen. Und jetzt isst du wieder aber die alten Kalorien, ja, dein Stoffwechsel ist immer noch hier hinten und du wirst fetter als vorher, ja, das ist der berühmte Jojo-Effekt. Der kommt von Metabolic Damage. Und, ähm, auf jeden Fall passiert das so, das ist so der normale Lebensverlauf eines Menschen, das trifft fast auf jeden Menschen auf diesem Planeten zu, ja, das, äh, alle werden fett und alle gehen in diesen Kreislauf hinein, von Kalorienrestriktionen, Jojo-Effekte, Diäten machen und so weiter und so fort. Und so verbringt man dann sein ganzes Leben damit, sich zu restriktieren, ich darf das nicht essen, ich darf das nicht essen, ja, ich muss das einschränken, davon darf ich nicht viel essen und so weiter und so fort. Und man macht Diäten und fühlt sich so mies wegen der Kalorienrestriktion und, äh, ja, so verbringt man sein ganzes Leben im Kampf mit der Nahrung, ja. Und fragt sich, wie kann, wie kann das sein, warum ist das so gemacht, ja, warum wird der Mensch fett, wenn er älter wird und, äh, man muss sich restriktieren, man darf das nicht mehr essen und das nicht mehr essen. Ich kann meinen Burger nicht mehr essen und meine Butter auch nicht und, äh, weniger Öl benutzen und so und, ähm, ja, die Leute verstehen einfach nicht, dass, äh, dass es normalerweise diesen Kreislauf nicht gibt, ja, ein, ein normaler Mensch, ich sag mal jetzt den normalen Verlauf des Menschen, der normale Verlauf des Menschen ist, du wirst geboren, ja, und du bist schlank, drahtig, dein ganzes Leben lang, ja, und du wirst niemals fett. Genauso wie die veganen Doktoren, ja, guckt sie euch an, die sind alle, ja, 60 plus und wir sehen dir alle aus, die haben kein Gramm Fett am Körper, ja, und, äh, das liegt einfach daran, weil diese Menschen etwas verstanden haben, die haben verstanden, dass der Mensch ein Pflanzenfresser ist und die haben das mit dem Öl verstanden, ja, und wenn du verstanden hast, dass du, dass du ein Pflanzenfresser isst, dann kannst du dein, von deiner Ernährung, die für dich gemacht ist, unlimitiert essen und du isst, dein ganzes Leben lang, unlimitiert Nahrung, so wie ich das mache, so wie ich das promote, so wie ich das zeige in meinen Videos, ja, was ich esse, äh, full day of eating und auf Instagram meine Bilder von den ganzen Sachen, die ich esse, ja, und ich esse nicht, kein Salat, ja, das werde ich immer dazu sagen, weil Veganismus wird immer damit, äh, Verbindung gebracht, ja, ihr, ihr ernährt euch von Salat, ja, absoluter Blödsinn, wir ernähren uns nicht von Salat, wir ernähren uns von veganer Lasagne, veganen Pizza, von Pasta, von Bean Burritos und sowas, ja, also, das mal dazu. Und auf jeden Fall, ja, ich mache mir gleich meinen, äh, meine Nudel, Kokos, Currypfanne, glaube ich, äh, und auf jeden Fall, ähm, ja, ist das so, dass der Mensch fett wird, weil er sein ganzes Leben lang leider, ja, der Mensch ist so gesagt ein Opfer, ja, Menschen, die dick sind, sind Opfer von der Lebensmittelindustrie, weil sie drauf reingefallen sind, äh, weil sie auf diese Industrie reingefallen sind, ja, die hat ihnen erzählt, zum Beispiel, äh, kriegst auch dein ganzes Leben bei, Leben lang beigebracht, du brauchst Öl, um Vitamine aufzunehmen, ja, du brauchst, äh, du brauchst Fett für dein Gehirn, du brauchst Cholesterin für dein Gehirn und für, für verschiedene Körperprozesse, da werden einfach, äh, werden einfach nur die Funktion von Cholesterin aufgezählt, ja, aber mit der Überschrift, darum ist Cholesterin wichtig oder darum musst du Cholesterin essen oder darum musst du Fett essen und dann werden einfach, äh, Punkte aufgezeigt, warum man Fett in der Ernährung haben sollte, ja, für die Hormone, bla, 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 ja, aber halt unter falschem Vorwand, man tut so, als bräuchte man extra, irgendein extra, ja, das, was einem, das überhaupt das Allerwichtigste meiner Meinung nach, was ein Mensch niemals beigebracht bekommt, ist, dass es kein Nahrungsmittel auf diesem Planeten gibt, was eins der, der Makronährstoffe, welchem eins der Makronährstoffe fehlt, ja, gibt es nicht, ich rede jetzt natürlich nur von pflanzlichen Nahrungsmitteln, das ist ganz klar, ja, weil ich, ich spreche von Ernährung, ja, also von Nahrung, äh, nur pflanzliche Produkte sind Nahrung, Tierprodukte sind keine Nahrung, jetzt mal nur so nebenbei, ne, deswegen, alles pflanzliche hat immer Protein, ja, ein Apfel hat Protein, eine Banane hat Protein und alles andere hat auch Protein, ja, ein Salatblatt hat Protein und alles hat Kohlenhydrate und alles hat Fett, ja, du hast immer in jedem Nahrungsmittel alle drei Makronährstoffe und das ist ganz, ganz genau das, was die Menschen niemals beigebracht bekommen, deswegen denken die, aha, ich esse hier irgendwas, ne, aber ich habe noch mein Fett nicht gegessen, ja, so wie ich gestern in dem Artikel gelesen habe, ja, warum Fett so gesund ist, ja, nicht verstehend, dass du dein Fett schon gegessen hast, weil du pflanzliche Sachen gegessen hast, in den Pflanzen ist alles drin, was der Mensch braucht, das ist ganz genau der Grund, warum es, äh, 60% der Tierwelt Pflanzenfresser sind, so wie Nashorner, Gorillas, ja, Stiere, ähm, Elefanten, was auch immer, ja, die sind alle Grasfresser und wie kriegen die diese ganzen Sachen, warum müssen die nicht auf Protein achten, warum müssen die nicht auf Fett achten, sie haben so eine simple Ernährung, ja, ein Pferd zum Beispiel isst nur Gras, wie, wie kommt das, dass er alles kriegt, ja, weil dort alle drei Makronährstoffe drin sind, ganz genau, bei Menschen ist das ganz genau dasselbe, ja, alles was du isst, hat automatisch alles, was du brauchst, okay, und Cholesterin produziert der Körper selber, äh, deswegen darf man kein Cholesterin essen, weil es da eine Homöostase gibt, ein Gleichgewicht, äh, deswegen produziert der Körper selbst Cholesterin, und auf jeden Fall, wenn man das mal verstanden hat, auch mit dem, das mit dem Öl mal verstanden hat, dass es kein Öl in der Natur gibt, zum Beispiel, ja, und wenn man das verstanden hat, dann hat man verstanden, warum es Menschen gibt, so wie mich, oder wie alle anderen Veganer, die alle dünn sind, die alle unlimitiert essen, ja, und zwar geile Sachen essen, nicht Salat, ja, sondern geile Sachen, leckere Sachen essen, und ich kann, ich kann euch hier auch mal natürlich meine Playlist verlinken, äh, von meinen Rezepten, und das ist halt der Grund, warum Menschen, warum es zwei Sorten von, von Laufbahnen gibt im Leben, ja, eine Laufbahn ist die ganz normale, Otto-Normal-Verbraucher-Laufbahn, wo du isst, und dann wirst du fett, und dann machst du Kalorienrestriktionen, machst diese Diät, und diese Diät, und diese Diät, nur was man irgendwie nicht realisiert bei den ganzen Diäten, machst du diese Diät dein Leben lang? Nein, also wirst du ja, gehst du in eine Diät mit der hundertprozentigen Gewissheit, dass du einen Jojo-Effekt haben wirst, weil du weißt ja, zum Beispiel, du machst eine Suppendiät, du weißt ja, dass du diese Suppendiät nicht dein ganzes Leben lang machst, okay, und damit sagst du dir automatisch, nach der Diät werde ich wieder fett, okay, so funktioniert das nun mal mit den Diäten, und dann gibt es die zweite Laufbahn, die Leute, die es verstanden haben, ja, die unlimitiert essen, genau wie es natürlich ist, genau wie es Tiere machen, ja, die essen unlimitiert, ich esse immer unlimitiert, ich muss sogar stopfen, damit ich nicht auseinanderfalle, weil die pflanzlichen Nahrungsmittel so low in calories sind, ja, und alle Tierprodukte sind vollgestopft mit Fett, ja, kennt ihr vielleicht aus meiner Fettscam-Tabelle, hier könnt ihr mal den echten Fettgehalt sehen, bei der Milch ganz interessant, und alle Tierprodukte immer vollgestopft mit Fett, ja, und deswegen werden alle Menschen fett, und von den vier anderen Mechanismen, ja, guckt euch das Video dazu an, falls ihr das noch nicht gesehen habt, und das ist das ganze Geheimnis, ja, darum werden Menschen fett, und darum gibt es eine Fett-Epidemie auf der Welt, und jeder will abnehmen, und jeder versucht irgendwie uns Sport zu machen, und dies und das, ja, man macht Sport, um eine Kalorienrestriktion zu kriegen, ja, das ist der Grund, warum man Sport macht, ja, du kannst auch ohne Sport absolut schlank sein, und unlimitiert essen, genau das mache ich, ja, ich mache keinen Sport, ich fahre im Sommer mal mit dem Rad herum, einfach so, ja, kein hier Wettkampf da, Priathlon, irgendeinen Berg hochfahren oder sowas, sondern fahre mit dem Fahrrad draußen herum, die Hauptsache ist, dass du dich bewegst, ja, man muss sich bewegen, wer rostet, der rostet, wenn du dich nicht bewegst, dann wirst du krank, weil du alles in deinem Körper verlangsamst, und deine, vor allem die Lymphen nicht durchblütest, ja, und von daher, Bewegung ist ganz wichtig, aber du musst keinen Sport machen, um schlank zu sein, ja, es ist die Ernährung, du kannst nicht fett werden vom Sitzen, du kannst fett werden, du kannst nur fett werden von dem, was du isst, in deinem Körper tust, ja, wenn du sitzt und nichts isst, dann wirst du immer dünner, ja, aber du wirst natürlich krank werden, das ist ganz klar, von daher, Leute, das ist das ganze Geheimnis, was man verstehen muss in seinem Leben, und dann ist das alles ganz, ganz einfach zu verstehen, ja, du musst die Tierprodukte rausnehmen, weil es nicht deine Nahrung ist, und du musst das Öl rausnehmen, weil Öl absolutes Gift ist, und dann, wenn du immer noch Probleme mit deinem Gewicht hast, zu viel Fett mit dir rumträgst, dann musst du das Fett rausnehmen, ja, also eine Low-Fat-Ernährung haben, und dann wirst du auch deine letzten Kilos los, okay, es ist alles so simpel, es ist alles so einfach, aber das ist der natürliche Werdegang, ich bin, ich gucke mir auch Streams mal an, da war zum Beispiel auf einem Stream, war für ein paar Wochen lang so ein Model dabei, und was hat die gemacht, die war immer schlecht gelaunt und so, und was hat die gemacht, ja, maximal einmal am Tag etwas gegessen, ja, und dann irgendwie so einen räudigen Burger oder sowas, ja, hat die dann gegessen, und war immer schlecht gelaunt, und hatte wahrscheinlich, ja, auch ihre Periode nicht und so, ne, und hatte halt das Standard Frauenleben, ja, sich rein, sich rumhangeln hier mit ihrem Gewicht, ja, weil du kannst nichts mehr essen, sobald du was isst, wirst du Fett, ja, und die verstehen nicht, dass sobald du etwas isst, isst du Tierprodukte und wirst Fett, ja, deswegen kann man auf einmal nichts mehr essen, ja, und dann gibt es zum Glück Frauen, die auf meinen Kanal kommen zum Beispiel, und lernen, wie man sich ernährt, und dass man unlimitiert auch als Frau unlimitiert essen kann, ja, und die verlieren ihr ganzes Übergewicht, ja, und das schreiben dann, bedanken sich bei mir, und so, ich lade das als Screenshot hoch, ja, könnt ihr bei mir auf Facebook sehen, ist auch ein Link hier unten verlinkt, die Ergebnisse meiner Arbeit, und da könnt ihr mal sehen, wie die Leute ihr Gewicht verlieren mit unlimitiert essen, essen, ja, mit unlimitiert leckeren Sachen essen, und, ja, so ist das Leben einfach, so ist das Leben, und du guckst einfach nur aus dem Fenster, du unterhältst dich mit Leuten, du siehst Leute, es ist immer das Gleiche, ja, jeder rangelt mit seinem Gewicht herum, ja, es ist, man hat immer Probleme mit seinem Gewicht, und das ist einfach nur traurig mit anzusehen, weil es ist alles so einfach, es ist alles so offensichtlich und so logisch einfach nur, nur man muss es einmal in seinem Leben verstanden haben, ja, warum Menschen fett werden, warum Menschen Probleme mit ihrem Gewicht haben, es ist nicht normal, Körperfett mit sich rumzutragen, ja, denn der normale Look des Menschen ist absolut lean, ja, und jeder Mensch auf diesem Planeten sollte lean sein, sein Übergewicht ist etwas völlig Unnormales und Unnatürliches, und woher kommt das, naja, indem man unnormale Sachen macht, wie zum Beispiel eine Ernährung essen, die nicht für dich gemacht ist, ja, du isst eine Art fremde Ernährung, deswegen wirst du fett, ja. Okay, Leute, das war das Video zu der Geschichte vom Fettsein, warum jeder damit kämpft, und warum die Leute das einfach nicht checken, ja, woran das liegt, und in diesen Strudel geraten, geratet ihr nicht in diesen Strudel, seid schlauer, Leute, seid schlauer, beschäftigt euch mal mit der Physiologie des Menschen, guckt unbedingt mein Video, wie Tierprodukte ein Fett machen, und meine Öl-Playlist kann ich euch auch natürlich empfehlen, da versteht man dann das mit dem Öl. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war ein ziemlich ausführliches Video, aber musste mal ausgeführt werden. Von daher, Leute, teilt das Video mit euren Freunden vor allem, die Probleme mit dem Gewicht haben, ja, es ist alles ganz einfach, ja, und ganz logisch, aber man muss in der Lage sein, diese Hirnwäsche abzulegen, und das kann verdammt schwer sein. Ich weiß, ab Alter 40, 50 oder sowas ist das fast unmöglich, ja, da ist das für dich, du kannst nicht irgendwas ändern, was du dein ganzes Leben lang falsch gelernt hast, ja, dein ganzes Leben lang hast du das falsch gelernt, ja, vom Kindergarten angefangen, über deine Eltern, über Schule, über Internet, über Artikel, über Videos, immer das Falsche gelernt, und das abzulegen ist natürlich verdammt schwierig, ja, für manche Menschen. Für mich war es zum Glück nicht schwierig, es gibt halt so Menschen, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber sowas gibt es halt, ich habe von einem auf den anderen Tag mein komplettes Wissen weggeschmissen, ich habe es einfach aus meinem Kopf gelöscht, ja, ich habe mir gesagt, du weißt nicht mehr, was ein Apfel ist, du weißt nicht mehr, ob ein Apfel gesund ist, du weißt gar nichts mehr, du fängst bei Null an. So habe ich angefangen und habe alles von neu gelernt, und zwar inoffizielles Wissen, nicht offizielles Wissen, ja, sondern inoffizielles Wissen, was dir nicht irgendwelche Artikel erzählen, nicht die Industrie erzählt, nicht irgendwelche Ärzte erzählen, auch keine Ernährungsberater, die sind genauso absolut ahnungslos, genauso Ernährungsmediziner und so weiter und so fort, weil die alle eine offizielle Ausbildung haben, ja, und somit einen Titel haben, ich habe offiziell Falsches gelernt, ja, und das nennt man einen Titel, einen offiziellen Titel. Von daher, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, lasst es ein bisschen sacken, und wir sehen uns dann demnächst wieder. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace.